Dieser Lifehack wird euer Leben verändern. Anscheinend kann man mit seinen Fingern Fotos von einem zum anderen iPhone schicken. Theresa, gib mir dein Handy. Ich brauch dein Handy. Theresa hat mir dann widerwillig ihr Handy gegeben. Und jetzt machen wir den Test. Funktioniert der Finger airdrop? Erst mussten wir ein hässliches Selfie machen und dann ging das Experiment schon los. Irgendwie hat das Ganze nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und nach dem gefühlt hundertsten Versuch bin ich irgendwann echt aggressiv geworden. Doch dann ist etwas passiert, was ich niemals gedacht hätte. Das ist wirklich zu wild. Check das neue YouTube-Video.